Ach Nödel, bitte nicht jetzt. Passt doch gar nicht durch den Stuhl hier durch. Guck, Niko. Definitiv nein. Hallo Freunde und damit herzlich willkommen zum neuen Video. Von mir den Melix natürlich und heute öffnen wir ein paar Chests. Oh mein Gott, ist das laut. Escape Optionen, Musik Sounds, Master Volume. Dann back to the game. So, nämlich wir öffnen heute noch eine Chests auf mein Sucht. Die anderen habe ich gerade geöffnet. Wow, was kommt jetzt wohl raus? Bitte, was gut ist. Hier 5.000, hä? Das hasste ich an dem Einsuchtschefs-Openingsystem. Nämlich, es packt immer alles weg. Alles. Immer wenn man was Gutes bekommen würde, packt es weg. Warum? Deswegen spielen wir jetzt einfach Badwoss. Wir spielen einfach gegen Luke 333. Es gelieft. Oh, jetzt sind wir noch herangekommen. Egal Leute, heute habe ich ein wichtiges Thema anzusprechen. Es geht um ein neues Format. Das Format ist leicht von Julien Bank. Ne, ich meinte Bullien Jam geklaut. Ihr kennt ja sicher Hashtag K2. Und ich mache das gleiche, nur mit Hey Melix. Nur, ich nenne es einfach nicht Hey Melix. Wie soll ich das nennen? In diesem Video muss ich euch leider um drei Sachen bitten. Die erste Sache ist, schreibt mir bitte Fragen in die Kommentare. Ihr könnt auch mehrere schreiben. Ihr könnt auch nur eine schreiben. Ihr könnt auch nur zwei schreiben. Ihr könnt zehn schreiben. Ihr könnt keine Ahnung, wie viel schreiben. Schreibt einfach so viele Fragen, wie ihr wollt. Oder halt nur eine. Das wäre aber mega nett. Und mir würde das ziemlich helfen, weil ich halt dann ein paar Fragen hätte für mein Hey Melix. Und die zweite Sache, bei der ich euch was bitten muss, ist, ich brauche einen Formatnamen. Wir können es natürlich einfach gar einen stumpf Hey Melix nennen. Oder sonstigen Namen. Also, schreibt mal einen Formatnamen in die Kommentare und Fragen. Auf Twitter habe ich euch auch schon gefragt, ob ihr mir ein paar Fragen stellen könnt. Und ja, das habt ihr gemacht. Sehr fleißig. Und falls ich das noch nicht erwähnt habe, der kreativste Name für das Format wird als erste Frage genommen. So, ich schau jetzt einfach darüber. Obwohl, zuerst bridge ich mich mal darüber. Ah nein. Ah nein. Oh, knapp überlebt. Wir könnten das Format doch einfach Hashtag Hey Tune nennen. Warum denn nicht? Naja. Wäre eigentlich so schlau. Dann bekommen wir doch einen Copyright Strike von Julien. Bam. So, jetzt konzentriere ich mich aber aufs Gameplay. Ich fand, das war jetzt leicht verwirrend mit dem neuen Format. Aber stellt mir einfach Fragen und schreibt Formatnamen in die Kommentare. Nein, du kriegst mein Bett nicht. Du kriegst mein Bett nicht. Du kriegst mein Bett nicht. Oh mein Gott. Das war jetzt wirklich knapp. Oder wir könnten das Format auch einfach Hashtag Hey Tune 2.0 nennen. Komm, ich hab' mal cheap. Fuck, ich hab' verkackt. So ein Idiot. Ich hab' dich einfach durch die Wand gesehen. Ich hoffe, er hat jetzt sein Bett nicht botzhaft eingebaut. Komm, lass mich doch hier raus. Bitte hat er unser Bett jetzt nicht. Nein, jetzt holt er sich sicher so einen Home-Teleporter und dann haben wir verloren. Was ist verloren? Dann baue ich halt ein Bett so ab. Du hast verloren. Tschüssi, wir haben gewonnen. Also Leute, ich freu mich schon über eure Fragen und Formatnamen-Vorschläge. Dann tschau Leute und habt einen medeligen Tag. Tschö. 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 Schö. Tschö. Tschö. Musik quase